Gustav Gundlach war ein deutscher Jesuit. Der katholische Sozialethiker, Sozialphilosoph und Sozialwissenschaftler gilt als Repräsentant der katholischen Soziallehre des frühen 20. Jahrhunderts. Leben Nach dem Besuch des Kaiser Friedrichs Gymnasiums in Frankfurt am Main studierte er Philosophie an der Universität Freiburg im Breisgau. Dort wurde er Mitglied der katholischen Studentenverbindung K.D. St. V. Hohenstofen CV. Nach fünf Semestern brach er das Studium ab und trat dem Orden der Jesuiten bei. Seit 1929 hatte er eine Professor für Sozialphilosophie und Ethik an der Hochschule St. Georgen in Frankfurt am Main inne. Zusätzlich war er von 1934 bis 1962 Professor an der päpstlichen Universität Gregoriana in Rom. Er gehörte zu den engen Beratern der Päpste Pius XI. und Pius XII., deren Soziallehre stark von deutschen Jesuiten mit beeinflusst wurde. Papst Johannes XXIII. wandte sich für einen Entwurf seiner Sozialenzyklika Materiae Magistra zunächst an Gundlach, war aber vom doktrinären Stil des Konzepts enttäuscht. Gundlach verließ Rom und errichtete 1962 in Mönchengladbach eine katholisch-soziale Forschungsstelle, die auch in späteren Jahren die Gundlachsienansätze fortführte, ohne jedoch noch außerhalb des deutschsprachigen Raums besondere Aufmerksamkeit zu finden. Kritik Da Gundlach zunehmend das Privateigentum zu einem absoluten Recht aufwertete, verlor er bereits in den 1950er Jahren bei den Theologiestudenten in Rom an Zustimmung. Man fragte ihn kritisch. Wenn das Privateigentum einen so hohen Rang hat, gab es dann im Paradies auch Privateigentum. Hans Küng überliefert die Wut. Mit der Gundlach sich um 1950 wünschte MSGR, Montigny, liquidieren zu dürfen. In seiner Fehlinterpretation einer Schrift Papst Pius XII. über den gerechten Krieg Bellum Iustum folgend, stellte Gundlach die Behauptung auf, ein atomarer Verteidigungskrieg wäre sittlich gerechtfertigt. Bei der Schrift Bellum Iustum von Papst Pius XII. handelt es sich um eine Neuinterpretation der Lehre des gerechten Krieges, die sich ausgehend von Texten des HL. Augustinus entwickelte. Diese Neuinterpretation durch Pius XII. war stark vom Kalten Krieg und einem potenziellen atomaren Konflikt zwischen den USA und der Sowjetunion beeinflusst. Während Pius XII. die Verwendung der Atombombe in engsten Grenzen eventuell für sittlich gerechtfertigt hielt, wenn Freiheit, Würde oder Glauben eines Volkes bedroht sind, ging Gundlach davon aus, dass mit diesen Worten der Schutz des christlichen Glaubens gemeint sei. Dem Wissen um den mehrfachen Ophakil in Bezug auf Atomwaffen begegnete Gundlach mit dem Argument, dass die Zerstörung der Welt eine Manifestation Gottes sei und die Welt ohnehin nicht für die Ewigkeit geschaffen wurde. Gleichzeitig lehnte Gundlach aber eine Verantwortung für die Entscheidung zum Atomkrieg ab. Siehe G. Gundlach, die Lehre Pius XII. vom modernen Krieg XIII. Im vom Regensburger Bischof Michael Buchberger herausgegebenen Lexikon für Theologie und Kirche schrieb Gundlach, dass eine staatspolitisch orientierte Richtung des Antisemitismus vertreten mit in seinen Augen moralisch und rechtlich vertretbaren Mitteln legitim sei, um sich gegen die Assimilationsjuden, die im Lager der Weltplutokratie wie des Weltbolschewismus zerstörend wirken. Rassisch begründeten Antisemitismus lehnt er ab, verteidigt jedoch Maßnahmen der Kirche gegen den Einfluss des Wirtschaftsenden U. Geistigen Judentums Ehrungen 1962 Großes Bundesverdienstkreuz 1962 Festschrift Freiheit und Verantwortung in der modernen Gesellschaft Werke Gustav Gundlach Die Ordnung der menschlichen Gesellschaft 2 BDE HSG Von der katholischen sozialwissenschaftlichen Zentralstelle Mönchengladbach Köln 1964 Gustav Gundlach Verantwortliches Christentum in Gesellschaft und Staat Referate gehalten bei der Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft der katholischen deutschen Frauen Paderborn 1958 Gesamt thtering A Люб Sorin 46 28 48 50 58 58 58 58